Guten Abend meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Job in dem Simulator beim Günter Manfred. So, wir sind wieder auf der Suche nach einem neuen Job. Diesmal sind wir Förster hier im Wald und äh ne. Okay wir wollen ehrlich sein, wir haben ein Messer dabei, wir sind mit Pilze. Günter? Ja ich glaube du hast einen Tag, Günter. Warum? Ja hier unten ist alles voll Blut. Was passiert? Ja, du bist ein bisschen ausgelaufen. Was ist denn los Günter? Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Auf was denn nun wieder? Es ist voll kalt. Ja, aber es wird ja nichts. Kannst du nicht mal einen Job raussuchen auf normale Diven oder irgendwie sowas? Okay Günter, pass auf, wir haben einen Auftrag. Und zwar, ich will ehrlich sein zu dir, jetzt wo wir hier angekommen sind. Sag mal. Die Geräusche die du hier hörst. Irgendeins davon ist Backfoot. Du hast doch mal einen Spezialtropfen Manni. Nein, wir sollen Bigfoot finden Günter. Ist kein Scheiß. Den gibt es da gar nicht. Den Bigfoot gibt es. Vielleicht gibt es den. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir den suchen und finden. Und ich weiß aber noch nicht so richtig was wir machen sollen, wenn wir ihn gefunden haben. Hast du dir für den Auftrag zuerst das Geld geben lassen oder? Naja, ich muss mal so sagen, der Auftraggeber hat gesagt, wenn wir ihn finden und wiederkommen, dann gibt es Geld. Ansonsten werden wir es ja eh nicht brauchen. Ja Manni, der hat der Hund wohl abgezogen. Nee. Jetzt kriegt man das Geld. Manni, es gibt kein Bigfoot. Natürlich gibt es einen Bigfoot. Hier im Wald gibt es einen Bigfoot. Den haben schon ganz viele gesehen Günter. Der ist schon beobachtet worden. Sogar Fotos und so. Ja, ich... Guck mal da vorne ist eine Hütte. Da sollen wir es mal hin, Alter. Wenn ich voll bin, dann sehe ich auch immer irgendwelche Tiere, die nicht da sind. Ja. So. Bigfoot. Ja, Bigfoot, es geht scheiß. Manni, es ist aber kein Scheiß jetzt. Jetzt steht eine Base, Alter. Die Bigfoot sind ja am Start irgendwo bald hier. Der hat bestimmt da hinten irgendwo hin und ein Ding so beobachtet und schon lacht sich halt tot. Wenn du mich jetzt hier nur anlockst, damit ich hier vernünftig mitarbeite, dann kagelt das aber. Ja. Jetzt kriegst du ja erstmal gelernt, Junge, überleben in der Wildnis, mein Freund. Ich hoffe, du hast ein bisschen D-Max geguckt. Ja, da wirst du jetzt erstmal sehen, Junge. Weißt du, was ich habe? Ja, was denn? Ich habe einen kleinen Ofen, da kannst du Holz reintun und da kannst du sogar Handy auch draufladen. Genau, lauf dich direkt hinter mir, das ist Eis, das kann durchknacken. So, was ist mit dem Handy und Ofen? Es gibt so einen kleinen Ofen, da tust du Holz rein, da kannst du dein Handy wieder aufladen. Boah, erstmal ein Pot, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ey. Manni? Äh, genau. Hä? Was machst du, Günter? Ach, du willst erstmal keckern? Mach doch wenigstens das Licht aus, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Mach doch wenigstens das Licht aus. Mach doch wenigstens das Licht aus. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was hab ich gesagt, Günter? Wen gibt's nicht? Wen gibt's nicht? Geh mal weg, da hast du eine Waffe meine. Das meins. Ey, du Pisser, ey. Und das wird auch alles mir und das auch. Aber ja, lass mal's nicht an. Ey, du Arschloch, du dürfe es. Ich steck doch nicht alles ein, ja. Guck mal, ist hier an der Wand hängen, du Penner. Hier ist die Kamera, Manni. Wo? Oh, guck mal, hier liegen auch noch. Ist das im Zelt mit? Neigt mich ein Batterie, die schneide ich mir erstmal. Warte mal ein bisschen Licht hier an der Bude, Alter. Da hab ich doch. Ja, weil der DLM mit nach vorne oder was? Manni, hier, 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 hier. Ja, habt doch schon eins. Achso. Ja, ja, habt mir schon eins genommen. Aber ich weiß nicht, ob das kein ist, dass man mal die Tür zumacht. Hast du was gehört? Was denn? Was gehört? Da hat was geschrien, jetzt mal ohne Witz. Das war der Wind. Manni? Ne, ich muss immer durchladen, warte. Ey, du Pisser, bist du doof oder was? Wollerst du mal nicht auf mich, du Vollidiot? Und gib mir mal ein paar Mumbeln, ich hab überhaupt nichts. Achso gar nichts. Ich hab keine Mumbeln, Junge. Ich hab hier ein paar Schuss. Oh, was ist das denn hier? Manni, da liegt noch am Boden eine Signalflagge. Ja, die nehm ich noch mit. Da! Wo? Da ist... Nein, warte mal. Wie geb ich dir denn jetzt Item? Bist du nur bescheuert? Jetzt hört er mal auf mich immer zu erschrecken. Ich hab ne Kamera. Siehst du das? Jetzt gib mir endlich Munition, du Penner. Ja, wie geb ich das denn? Warte, bleib stehen. Gift Item. Hier. Gib dir ne Kamera. Das ist ein Baseballschläger. Gib mir jetzt ein paar Munde hin, Alter. Ich weiß nicht, wie das geht. Du sagst mir mal... Ey, hier ist ein Foto, Alter. Mach mal Licht aus. Mach mal Licht aus. Mach mal Licht aus. Hier ist ein Foto. Siehst du das? Ja, das ist ein Mann im Kostüm. Ne, guck mal hier oben. Oh, ist das gruselig. Oh, hier sind noch mehr Fotos, Günter. Warte mal eben. Hier sind noch mehr Fotos, Günter. Ja. Warte mal eben. Hier sind noch mehr Fotos, Günter. Warte mal eben. Warte mal. Was denn? Springen, Springen, Griechen, Schießen, Neuland, Freilich. Tablet. Ey, hier ist ne Drohne. Ich hab ne Drohne, Günter. Ja, gern Drohne. Ja, hab ich auch. Warte mal. Okay, Günter, du hast anscheinend... Warte mal. Ich hab Tracking Bullet, Günter. Wie geb ich dir denn jetzt Munition, Mann? Ich weiß nicht, wie das geht. Du gehst zu mir und machst, äh, Dings. Give Items. Mit E. Ah, mit E. E-Muskel. So. Warte mal. Gewehr hier. Gib ich dir. Ich hab 30 Stück. Gib ich dir 15. Übergebe. So. Habt ihr gegeben. Ich hab Tracking Bullets, Alter. Das heißt, wenn ich was anschieß, dann, dann wird das... Dann, dann wisst ich, wie schmähen. Hier, Fangeisen. Da wird's gedrackt, Günter. Wo hast du... Ja. Wo hast du denn jetzt... Okay, ich hab dir ne Tracking Bullet ins Oberschenkel geschossen. Ich hab's gemerkt. Naja, weißt du, wenn der dich jetzt holt, dann wisst ich, wo du bist. Dann wisst ich, wo ich nicht hingehen muss. Manni, das ist sehr vorbildlich. Sag mal, wo hast du denn jetzt... Ich hab dir ne Tracking Bullet ins Oberschenkel geschossen. Wo hast du denn jetzt die Drohne? Äh, warte, weißt du... Hier, nimm doch das Zelt mit, bitte. Wer, wo? Ja, da. Warte mal, ich brauchst du ne Kamera hier. Ja. Wo ist denn jetzt die Drohne? Die hab ich in der Tasche. Ah, du hast die. So, lass mal raus... Oh, warte mal. Hier ist so ne Laterne. Kann man auch mal anmachen. So, lass mal rausgehen. Und lass mal ein paar Nacht... Bist du schon wieder auf dem Schütter, Alter, ne? Ne, ne. Lass mal ein paar Dinger hier aufstellen. Ein paar Neidwisions, ja. Ein paar Neidwisions? Du hast Kameras. Ja. Ja, wie schon macht man das? Ja, gern. Ist schon gruselig hier im Wald, gell. Muss ich echt sagen. Ist so meine Welt. Ich komm mal mit dir vor. Oh, oh, du vollidiot! Du dämlicher Idiot! Du blöd, Mann! Du bist doch so ein Wegwoord, Alter! Ohne Scheiß, wird der... Oh, ey! So ein Behinder! Du Arschloch! Du dummes Sau, ey! Blöde... Du... Kackwurst, du! Du... Du... Jetzt gehst wieder rein! Leck mich doch am Arsch hier alle mal! Ey! Du... Kackidiot! Ich stell dich... Du... Kamera auf! Du ein... Blöd, Mann, ey! Da, ich hab hier ne Kamera aufgestellt! Ja, wie wärs, wenn ihr die Richtung Wald aufstellen würdest, nicht Richtung Haus! Okay, das ist natürlich richtig. Oh, guck mal! Es ist gröselig! Merk dir, wo du das Ding hinstellst! Wo hast du den hinstellt? Ja! Dann hab ich's wieder aufgehoben! Wie stell ich denn die auf? Auswählen mit... Ach, ja, wisch! Hast der? Ja, hab ich! Wenn du jetzt mit dem Tablet, dann kannst du da rum gucken! Manni, ich seh dich! Hallo! Kann ich die bewegen? Ja, ja! Hallo Manni! Ich müsse mal... Warte mal! Das ist das? Günter, es wär schön, wenn du vielleicht nicht noch mal so laut machst! Manni! Was? Wenn hier ist was! So, bist du verarscht? Nee, ich bin immer weg! Du warst der für hart! Boah, Alter, ne? Hör auf mit der Scheiße! Ich sag dir! Es gibt kein Bigfoot! Jetzt komm mit! Wir müssen noch mehr Kameras aufstellen! Komm hier rüber! Lass dir drüben noch was aufstellen! Ja! Hier oben auf dem Felsen am besten, oder? Oh, das ist ne gute Idee, Manni! Ey, du hast da hinten echt ne gute Drohne drauf! Flieg doch mal mit der Drohne ein bisschen rum! Ja, will ich ja gleich! Hast du gehört? Das war der Wind zwischen den Bäumen! Günter, es war glaub ich kein Wind! Ey, Günter, das kam von hier drüben! Und wo? Alter, hast du das gehört gerade? Ja, hab ich! Und wen gibt's nicht? Trinkboot! Alter! Ey, Günter! Das ist kein Scheiß, gell! Da hab ich jetzt eigentlich kein Bock drauf! Ach, das sind ein paar Jugendliche, die uns ein Späßchen mit uns machen! Was anderes kann ja gar nicht sein! Du hast jetzt hier oben was hingestellt? Ey, ich hab keine Kamera mehr! Du hast keine mehr? Nö! So, warte, stell die jetzt hier hin! Ah! Hä? War nur ein Fuchs, alles gut! Ach, halt die Fresse, Alter! Nee, da war ich ein Fuchs! Wieso kann ich dich hier nicht hinstellen? Ich bin nicht! Scheiße! Ach, da geht's oder was? Da willst du nicht! Wo ist denn jetzt hier? Wo steh ich denn jetzt am dümmsten mal hin, Günter? Wo bist du, Günter? Ja! Ah, Günter! Hä? Günter! Ich bin verletzt! Jetzt? Ja, ich bin hier bergrunter gefallen! Mich hat's voll ausgenockt! Oh! Oh! Günter! Hast du mit den Sinn? Du bist du ein Idiot! Hör doch mal auf, hier rumzuballern! So fester den Idiot nie! Das war meine Chance, dich jetzt zu erledigen! So, ich steh hier noch eine Kamera auf! Hier ist gut, hier sieht man vielleicht viel! Ja! So, hab! Ich hab eine Night Vision Kamera! Echt? Boah! Wo ist denn die? Drück mal auf dein PDA das N und dann rechter Muskelknopf! Aber da ist der Akku, gell? Muss ja aufpassen! Oh ja! Wie kriegt man das aufgeladen? Mit Batterien! Können wir mal mit Batterien? Die hab ich alle! Aha! Lass wir hier drüben lang gehen! Günter, bist du da? Ja! Machen wir deine Lampe aus! Guck mal hier, wäre vielleicht schon ein guter Ort für eine Kamera oder hier in der Waldschneise! Warte! Ja! Oh, ich bin im Wasser! Es wird kalt! Es gibt das nur Hirschgünder! Wo? Wo? Wo ich bin! Ja, der ist nur Hirschgünder! Ja, der ist nur Hirschgünder, genau vor mir! Er Hirschgünder! Ich kümmere mich drum! Nee! Nicht schießen! Du verkaufst dir wieder alle! Vollidiot! Ey! Was zu essen! Mann! Ich hab den getötet! Mann! Schnell ich mir gleich mal was raus hier! Manni! Ja, weiter hinten! Das ganze Fleisch! Ja, ich hab schon! Sehr gut, Günter! Das Abendbrot ist gesichert! Ja, weiß ich! So, lass dir drüben noch ne Kamera aufstellen, Günter! Wo? Hier drüben! Wir müssen so im Umkreis, so rundherum müssen wir Kameras aufstellen! Verstehst du das nicht? Ich hast nur noch eine! Boah! Nee! Ich hab noch eine! Dann müssen wir erstmal zurück! Hast du ein bisschen Holz? Warte mal! Wir müssen ja ein bisschen Holz nehmen! Neh mal ein bisschen Holz mit, Günter! Hast du die Axt mitgenommen aus dem Hof? Nee! Du kannst ja die Zweigchen und so mitnehmen! Ach so! Jaja! Denn! Was? Denn! Wer rennt? Wie denn? Hingehen! Aufheben! Er kennt nüsch! Günter! Bist du tot? Nein! Holy Shit! Was war das? Ich hab da was! Ich hab da was! Oh! 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 Oh, Günter! Günter! Hilf mir! Günter! 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 Hilfe! Günter! Äh! Manni, ich bin tot. Manni? Manni, ich bin zusammengezogen. Es gibt die Wirklichkeit. Hast du ihn angeschossen mit deinem Tracking-Scheiß? Oh, Gott, ich geh noch. Schieß doch wieder hin. Ich glaube, er ist weg. Hey! Da war ein Waschmeer. Günder, ich möchte gerne zurückgehen. Für mich ist Feierabend. Ey Manni, ihr habt mich erschreckt. Du kennst sie nicht vor. Ich hab Günder, ich hab gegigst wie ein Mädchen, Günder. Ich hab mir in die Hose gekeckert. Günder, können wir mal bitte erst mal schnell zurück zur Hütte. Ja, bitte. Ich muss unbedingt was essen, ich brauche mit Medizin. Manni? Ja. Mach, komm. Bin hingefallen. Was war das? Hau rein, mein Freund. Ich hör schon wieder. Genau, ich bin weg, hau rein. Ja, komm hier, lang. Wo lang? Hier zur Hütte. Da bin ich unterwegs. Da bin ich unterwegs. Ich bin vor dir. Ja, du Penner, warte! Günder! Ich will dir, tut mir leid. Alter! Er kam denn aus dem Busch, war es gerade da, wie in die Hose. Ich helfe mir, ging es auch noch und da war Feierabend. Boah! Manni! Das letzte Mal, dass ich so jemanden behaht gesehen habe, da war er 16, das erste war eine Freundin. Guck mal, Günder, das kannst du mitnehmen, hier. Was? Hier. Das kann ich mitnehmen, ja. Ja. Die müssen sammeln. Wie will ich das denn mit? Immer noch dein Muskel! Wir müssen das mitnehmen, dann machen wir uns gleich erstmal ein Lagerfeuer. Günder! Ja, ich komm. Ey, Günder, ich habe mir so eingeschissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Alter. Nicht nur durch! Da bleibt keiner! Geh weg! Ach hier, in den Ofen, da kann man ähm... Alter! Hast du ja... Wie geht das mit dem Ofen? Na gut, komm wir. Wir machen erst noch Feierabend, Günder. Ja. Alter! Ich bin fix in alle. Genau, ich bin fix in alle. Ja, nicht nur du, ich lege mich jetzt hier auf das blutgeschmitte Ding hin. Boah! Gut, dann gehe ich ins ordentliche Bett. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen ab, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt uns auf jeden Fall die Kommentare. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Süß!